Ah, gut, dann ist der Eintracht hier. Es ist offiziell. Klaasner ist Trainer bei der Eintracht. Eigentlich perfekt kam die Push-Man-Endung rein, als wir unsere Sitzung, unsere Leitersitzung hatten. War zu Ende. Bumm, kommt sie rein. Perfekt. Schönen Feierabend mit dieser Nachricht. I love it. Falls ihr euch wundert, warum ich hier Kopfhörern auf hab, nebenbei läuft das Eishockey-Spiel zwischen Kasachstan und Deutschland. Da sind im zweiten Drittel drei Minuten gespielt und es steht noch 0 zu 0. Stark spielt der Kasachstan. Auch dazu wird bald wieder ein Video kommen. Denn SportTV heißt nicht nur Fußball, sondern auch Sport wie Basketball, Eishockey, Handball und Co. Bald auch Leichtathletik. Natürlich, alles muss jetzt mit hier rein. Fakt ist aber, das betrifft ja eher nur meinen Sportkanal. Hier ist ja nur Eintracht. Aber, mein Ziel ist auch, was die Eintracht betrifft, auch mal zu den anderen Sportarten zu erwähnen. Sprich, nicht nur im Männersport, sondern auch mal zu sagen, okay, hier die Damen spielen. Und unsere Damen sind im DFB-Pokalfinale. Und genau aus diesem Grund werde ich auch über das Pokalfinale der Frauen berichten. Ich werde es mir sogar live anschauen. Das ist selbstverständlich. Ich habe mir das Halbfinale komplett angeschaut, mitgefiebert ohne Ende. Habe mich tierisch gefreut. Und wenn ich hätte ins Stadion gehen können, ist ja leider ohne Zuschauer, wäre ich auf jeden Fall vor Ort gewesen. Definitiv. Das nimmt man mit. Frankfurt Außenseiter gegen die großen Wölfe, sage ich jetzt mal. Ist man wieder beim Thema. Und deswegen kommen wir zum Thema Wölfe und Frankfurt. Denn der neue Trainer kommt, wie bekannterweise, aus Wolfsburg. Und es ist schon krass, was da oben in der Bundesliga abgegangen ist. Ich meine, normal denkt man ja, Vereine wechseln den Trainer wegen Misserfolg, weil die unten stehen oder eine scheiße Saison gespielt haben. Nein. Oben in den Top-Mannschaften, sage ich jetzt mal, haben alle die Trainer gewechselt. Warum? Aber das Krasse ist auch, dass sie teilweise immer einen Downgrade hatten, bis auf Rose. Der hat einen Upgrade bekommen. Ich meine, Klaasner hätte Champions League spielen können, spielt Europa League. Hütte hätte Europa League spielen können, eventuell Champions League, weiß man da. Spielt jetzt gar nichts. Null international. Aber Rose, ja, hat nicht nur national gespielt, spielt dafür jetzt Champions League. Und Terzic bleibt in der Champions League als Co-Trainer. Das ist der Hammer, was da oben abgegangen ist. Und ich habe mich über Klaasner tierisch gefreut. Fachlich gesehen, ist er haargenau bei Hütte einzuordnen. Das ist Null Verlust. Wir haben dadurch Hütte wirklich richtig gut ersetzt. Und menschlich gesehen, scheint er auch anders zu sein. Denn er hat nicht gesagt, er bleibt auf jeden Fall bei Wolfsburg. Er hat nur gesagt, ja, wieso soll ich ein klares Standing machen? Oh, knapp aber. Denn er sagte, wieso soll ich ein klares Standing geben, so wie Adi Hütter? Und da war es, hat er vielleicht schon angedeutet, und selbst wenn er dann in Wolfsburg doch geblieben wäre, wäre die Überrasche und die Freude umso größer gewesen. Aber sich klar zu einem Verein zu äußern, sag ich mal, auf jeden Fall zu sagen, ich bleibe auf jeden Fall hier. Und kurz darauf doch das Gegenteil zu sagen, das ist schon schwach. Und für ihn, aus seiner Sicht gesehen, war das ein starkes, starkes Standing. Und das macht einfach Klaasner so sympathisch. Und da steht es zum Beispiel schon 1 zu 0 für Kasachan. Gerade gefallen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Klaasner eher auf der Außenlinie ruhig ist. Er ist nicht so explosiv, sag ich mal, wie ein Klopp, der ausgrastet, sondern eher so die ruhige Person. Was aber wichtig ist. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn du einen ruhigen Trainer hast, wenn da irgendwie draußen Hektik ist, was sagt die Leute, ruhig, der sich wieder auf den Boden zurückholt, egal wann. Egal, ob du auf der Erfolgswelle schwebst, der sich runterholt, oder wenn es scheiße läuft, dass er sich hochholt auf die Welle. Wenn eine Nervosität da ist, dass er sich wirklich auch runterholen kann hier. Alles gut. Und deswegen finde ich Klaasner wirklich, sehr, sehr gut und er war mein Wunschkandidat. Ach, nachdem der eine oder andere weg war, Terzig war noch, natürlich auch in meiner Auswahl, aber jetzt, wo Terzig dann auch gesagt wurde, nö, und der Rest war ja auch weg und die, die halt in den letzten Wochen besprochen wurden, gab es nur noch Klaasner als Top-Favorit, sag ich jetzt mal, und dementsprechend habe ich natürlich liebend gern Klaasner genommen, ich freue mich auf ihn und ich bin davon überzeugt, dass wir eine ähnliche Saison spielen können, in der wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Natürlich wird es schwierig, Dreifachbelastung, mal gucken, wie man rein startet, man muss die Europa League sofort gewinnen, welche Spieler bleiben, welche Spieler gehen, es ist wirklich schwierig, aber ich denke, dass wir wirklich mit Klaasner einen exzellenten Ersatz gefunden haben, der uns nicht wieder zurückwirft. Wir haben wirklich einen guten Trainer erwischt und ich bin dankbar dafür, dass Klaasner sich für uns entschieden hat und wir können gespannt sein, wie die neue Saison beginnt, also ich bin da eigentlich guten Mutes, sag ich jetzt mal, denn ich habe viel Vertrauen in ihm. Zum ersten Mal, weißt du, die letzten Leute, die kamen, habe ich gedacht, nee, mal gucken, zumindest was den Vorschlag anging, war ich immer so ein bisschen skeptisch, Bobic zum Beispiel, bei Niko Kovac war ich auch ein bisschen skeptisch, weil er null Erfahrung hatte, okay, bei Adi Hütter ging es eigentlich, aber jetzt bei Klaasner eigentlich habe ich das gleiche Gefühl wie bei Adi Hütter und das hat eigentlich schon gut was zu sagen, ich bin einfach froh, dass dieses Thema jetzt endlich vom Tisch ist, dass man da zumindest sicher planen kann und dann kann Klaasner mal beweisen, was er kann, denn aus Wolfsburg hat er auch vier gemacht und die haben auch richtig gut gespielt und wie die Abwehr stabil war, war acht Spieler am Stück ohne Gegentor, natürlich auch exzellenten Torwart gehabt, man muss einfach sagen, Klaasner hat aus der Mannschaft von Wolfsburg einfach ein richtig geiles Team geformt und das kann er in Frankfurt auch nochmal machen, vielleicht noch ein Stück besser, gar nicht alle bleiben und wenn dann noch die Fans im Rücken sind, dann könnte glaube ich richtig die Post abgehen, aber ich sage nicht, dass wir jetzt wieder da oben mitspielen oder so, sondern einfach so sagen, hier, ein geiles Saison spielen, nichts mit dem Abschied zu tun haben und eventuell wieder international, das reicht mir schon. Und mit diesen Worten sage ich hier Arimiderci, danke für das Einschalten natürlich wie immer und Livestream heute zwei Stück, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet, auf meinem Sportkanal, ist unten verlinkt, beide, und ich sage Arimiderci, schaut gerne im Livestream vorbei, bis dahin, ciao, ciao.